Wir sind das Newsding. Ich bin Levi und ich darf euch heute begrüßen. Man sieht, ich habe mich extra rausgeputzt hier. Das sind David, Felix, Lars, Max und Peter. Ja, nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber gut. Ja, man stellt sich vor, man ist online, man sucht nach Nachrichten oder man geht in die Zeitung, sucht Datenachrichten, im Fernsehen. Man bekommt immer irgendwas, großteils auch Sachen, die einen einfach gar nicht interessieren. Oder noch schlimmer, man wird hinter seinem Rücken kategorisiert. Man bekommt nur Sachen, wo das Programm denkt, es würde einen interessieren, ohne einen aber irgendwann wirklich mal darüber zu fragen, ob es denn einen interessiert. Deshalb haben wir uns gedacht, wir ändern das mal. Wir machen eine Webseite, die einen wirklich aktiv fragt, was man will und nichts hinter dem Rücken macht ohne einen. darüber auszufragen. Ich übergebe es dann für den technischen Teil an David. Genau. Umgesetzt haben wir das Ganze mit einer zentralen Datenbank, auf die sämtliche Teile unseres Programms zugreifen. So zum Beispiel das Webinterface, das dann sich aus der Datenbank die verarbeiteten Artikel rausholt und die net anzeigt. Die ganzen Hintergrundsachen, die das dann verarbeiten, nach Schlüsselwörtern suchen, die Fragen vorbereiten. Dann aber auch der Teil, der die eigentlichen Artikel aus dem Internet holt und so ein bisschen bearbeitet, dass man die gut durchsuchen kann. Also alles geht über diese zentrale Datenbank, was uns insofern geholfen hat, als dass wir nicht alle dieselben Programmiersprachen programmiert haben und wir über diese Datenbank alle in unserer Sprache programmieren konnten und über diese einheitliche Schnittstelle dann alle das gut aufteilen konnten und alle was so beitragen konnten. Ja und meine Aufgabe war es dann, was also die Daten, also die Serverarbeit, die Levi und David gemacht haben. Also sie haben den Server programmiert. Also meine Aufgabe war es, diese Daten auf die Website zu bringen und ich habe das mit PHP und MySQL gemacht und jetzt wird euch der Lars noch etwas zu dieser Kiste da erzählen. Also wir haben eine kleine, ich sag mal, Newsbox gebaut. Das sieht man hier. Da sind ein paar Lämpchen zu sehen und je nachdem wie viele Lämpchen an sind, kann man sehen, wie wichtig die Nachricht ist, die gerade angekommen ist und man kann halt auch direkt erkennen, okay, eine Nachricht ist angekommen. Außerdem haben wir in der Box dann noch unseren Server, den man jetzt gerade nicht sehen kann. Auf jeden Fall, da ist ein Raspberry Pi drin. Das ist ein kleiner Minicomputer. Darauf liegt dann die Datenbank und der Webserver. Ja, meine Aufgabe war es, das Frontend zu programmieren. Frontend bedeutet so viel wie das Interface, mit dem man als Benutzer interagiert. Wir haben das responsive designt. responsive heißt so viel wie das es sich an die speziellen Bildschirmgrößen von Desktop oder Computer, Tablet und Smartphone anpasst. Meine Aufgabe ist es, Ihnen zu erzählen, was unsere Suchzeile kann. Sagen wir, Sie suchen zum Beispiel die Kategorie Ralf Kaspers. Dann geben Sie einfach dort Ralf Kaspers ein, dann erscheint alles zum Thema Ralf Kaspers. Ja, das dauert gerade mal kurz. Das dauert ein paar Sekunden. Man kann natürlich auch die Kategorie bewerten. Dann, wenn man sie bewertet, zum Beispiel die Kategorie Ralf Kaspers, dann erscheint sie auf der Startseite. Es lädt noch. Alles klar. Ja, vielen Dank, Levi, David, Peter, Lars, Felix, Max und Felix. Ich glaube, die Jungs haben sich einen ordentlichen Applaus verdient.